Hi ihr lieben Hardware-Nerds da draußen, hier ist der Cracky von Ravioli. Guten Tag auch. Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich eher weniger über Gerüchte, weltpolitische Themen oder allgemein News quatsche. Jetzt ist es aber so, dass es auch mal Dinge gibt, die mich eigentlich auch sehr selber beschäftigen und auf die man sich auch freut und so. Und darum habe ich es heute einfach mal als Anlass genommen. Das Jahr 2017 wird so aufregend, Nintendo bringt eine neue Konsole auf den Markt, Ravioli wird 10 Jahre alt im März und Anfang März kommt ein neuer Prozessor von AMD. Holy Shit! Und um die CPU geht es heute auch. Im Prinzip, ich möchte euch ein bisschen was über die neue CPU von AMD erzählen, den AMD Ryzen. Ja, also wie Rise, wie Aufsteigen und Zen, wie weiß der Geier. Ja, die neuen Ryzen CPUs. Es bröckeln so langsam die NDA-Fassaden, also die, wir dürfen nicht drüber reden, Fassaden. Es kommen immer mehr Details ans Tageslicht. Und meine Informationen, die ich jetzt hier natürlich auch habe, basieren alle auf Gerüchten, die ich mir jetzt abgeschrieben habe, entliehen habe von der PC Games Hardware Website. Also ist das auch nur unter Umständen gefährliches Halbwissen. Das sei einmal vorab gesagt. Aber eine Sache ist, man merkt es einfach im World Wide Web. Es ist total ein bestimmtes Thema. Es ist eine total aufregende Zeit so für diese Hardware-Geschichten. Und ich möchte einfach so ein bisschen sagen, wie denn mein Standpunkt da der Dinge diesbezüglich ist. Mit meinen Worten, wie immer ohne Jumpcards, ihr kennt das, also könnte auch mal ein Stocker mit drin sein. Darauf müsst ihr euch gefasst machen. Jedenfalls möchte ich einfach so ein bisschen was darüber erzählen. Und ja, fangen wir am besten gleich mal an. Warum ist denn der AMD Ryzen jetzt eine CPU, auf die man sich eventuell so freut? Das ist relativ einfach gesagt. Intel dominiert seit 6, 7, 8 Jahren den Markt einfach komplett. Also es gab zwischendrin mal so Zeiten, wo es im Niedrigpreissegment wirklich sehr, sehr attraktive Alternativen von AMD gab. Ansonsten war es gerade so für die PC-Spieler und dergleichen. Intel war eigentlich immer das State-of-the-Art-Produkt, CPU, die man kaufen musste, wenn man denn die maximale Performance haben will. Das ist jetzt nicht so, als dass man jetzt nicht mit dem AMD FX-Prozessor, ne, hier, ich habe es ja oft genug gezeigt, auch zocken kann. Das ist alles machbar, alles gut, alles schön. Aber die Performance-Krone oder geschweige denn wirklich auf der Höhe der Zeit zu sein, das hat AMD jetzt schon seit einigen Jahren einfach verpasst, haben sie nicht hinbekommen. Sie haben mit der Bulldozer-Architektur, hier mit den AMD FX, mit der letzten Generation quasi der High-End-Prozessoren, da gab es ja auch schon 8-Kern-CPUs und so, haben sie halt eine komplett neue Architektur, eine neue Prozessor aufbaut, ins Rennen geführt und leider haben sie sich da verpokert. Das hat nicht geklappt. Die wollten eine Architektur schaffen, die möglichst hohe Taktraten abkann und dann trotzdem noch einigermaßen effizient arbeiten kann und schnell ist. Aber das hat nicht funktioniert. Also die Leistungen sind da unter den Erwartungen geblieben und Bulldozer war im Prinzip wirklich ein Reinfall. Auch wenn es für sich in Spezialanwendungen wirklich teilweise sehr gute CPUs auch sind und sie auch sehr nützlich sein können. Aber insgesamt war es einfach nicht das All-in-One-Paket, um Intel Parodi zu bieten. Dann ist AMD im Zuge dessen mit der FX-Schiene, als diese aufkam, die neue, kam auch zeitgleich, hatten sie das große Thema Fusion, die Fusion von Grafikkarte und Prozessor. Und dann haben sie die APUs ins Leben gerufen, was wiederum auch ein Fehlgriff war. Das sind zwar wirklich tolle Dinger. Ich habe ja den 400-Euro-PC mit einer APU gebaut und darauf Battlefield gezockt mit Mäntel und alles mögliche und das läuft auch alles ganz toll. Das ist auch wirklich richtig geil, aber der Markt ist nicht da. Wenn so lange Aldi, Saturn, Media Markt, weiß der Geier was, nicht anfangen, Systeme auf AMD-APU-Basis zu bauen und diese auch als Spiegelgeräte zu verzimmern, bringt einem das nichts. Da gewinnst du keine Marktanteile großartig mit zurück. Und ja, als dann der große Generationswechsel war und die hundertsten Gerüchte, dass AMD bald pleite geht, kam ja Lisa Suh hier, die aktuelle CEO, die Chefin von AMD, quasi an die Macht in Anführungszeichen. Und sie durfte dann die Segel übernehmen, die der gute Mark Paper Master hieß er, glaube ich. Kann auch sein, dass ich mich gerade vertue. Auf jeden Fall hat dieser gute Mann das CPU-Design entworfen für die Ryzen CPU. Der ist jetzt auch wieder weitergezogen. Der kam irgendwie von Apple, dann war er bei Samsung und so. Der macht immer mal, hier macht er mal was, da macht er mal was, macht seine Arbeit und zieht dann weiter. Verdient wahrscheinlich sehr, sehr gutes Geld damit. Jedenfalls, das Besondere einfach dabei ist, Ryzen ist jetzt nach der Bulldozer-Architektur, welche komplett von Grund auf auch neu strukturiert war, sie war ein Fail, sie war schlecht, sie kam nicht an die Intels ran, ist auch einfach wieder eine grundneue Architektur. Vier Jahre Arbeit stecken da jetzt drin, vier oder fünf Jahre Arbeit stecken da jetzt drin. Und das ist allein schon die Besonderheit, was diese CPU so besonders macht. Es ist eine komplett neu aufgebaute, ja, Architektur, ganz viele neue Features drin, soll sehr energieeffizient sein, zig Sensoren in der CPU, Versprechungen so, von wegen, ja, du kannst mit deinem Prozessor mehr Leistung erreichen, ohne irgendwas zu tun, wenn du ihn einfach nur besser kühlst, ist schon mal sehr interessant. Und sie verspricht, sehr, sehr gut zu werden. AMD ist sehr offensiv umgegangen mit der Präsentation der Prozessoren, nicht so wie bei Bulldozer. Ja, hat man auf der CES irgendwie Bulldozer-CPU gesehen? Ja, hinter verschlossenen Türen haben sie uns DIRT 3 gezeigt. Ja, das ist, das war nix. Und jetzt haben sie gezeigt, hier, Blender-Benchmark, wir sind on par mit dem Core i7-6900K. Das ist eine 1000 Euro CPU von Intel, 8 Kerner mit 16 Threads, ein richtiges Arbeitstier, das habe ich auch in der 3200 Euro Maschine verbaut. Und ausschlaggebender Punkt, warum ich jetzt mal darüber quatschen muss, sind nämlich die just geleakten ersten Preise, auch in Euro. Und da wird ein Top-Modell ausgerufen mit 8 Kernen, 16 Threads und 3,6 GHz Basistakt, 4 GHz Turbo, der sich da schimpfen soll, AMD Ryzen 7 1800X und einen Preis von 600 Euro. Das wären einfach mal 400 Euro weniger bei gleicher Leistung, welche man bei Intel denn haben wollen würde. Ja, also vom Customer, vom Kunden. Die Mainboard-Preise da noch nicht mit einberechen, weil da erwarte ich mir auch, dass bei AMD die Bordpreise waren bisher immer günstiger. AMD hat seine Chipsätze immer günstiger verkauft, als es Intel gemacht hat, bei gleicher Ausstattung. Und da erwarte ich mir auch einen großen Bonus gegenüber aktuellen Generationen von Carby Lake und halt auch der Broadwell-E-Generation, die ja auch so langsam abgelöst wird von Skylake X und tralala. Aber das sind eher alles böhmische Dörfer, die ich jetzt auch nicht weiter auseinandernehmen will, wo ich auch gar nicht die Details kenne oder mir angeeignet habe. Bei Intel, da steigt man eh kaum durch mit ihrem TikTok-Prinzip. Kommen alle ein Jahr oder anderthalb Jahre, kommt wieder eine neue CPU-Generation raus. Jetzt haben wir Carby Lake, noch höher getaktet, neue Taktrekorde, ein Z270-Chipsatz, der einfach ein bisschen besser ausgestattet ist und wo man mit viel Bling-Bling den Leuten einfach mal wieder 150 Euro aus der Tasche nehmen will für Mainboards, die aktuell Quad-Core-CPUs mit 8 Threads unterstützen. Und das ist das große, große Punkt, wo ich einfach sage, oh, dieser CPU-Markt für die Spieler, der ist so eingeschlafen, weil es einfach die ganze Zeit nur Quad-Core-CPUs gibt mit 8 Threads, die 8 abgearbeitet werden können. Intel hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, 6-Kerner zum Beispiel oder 8-Kerner in den Mainstream-Markt zu bringen. Und da ist halt auch der Punkt da, warum Ryzen so ein spannendes Produkt ist. Dass man einfach mehr fürs Geld bekommt. Man bekommt einen 6-Kerner dann zum Preis von einem 4-Kerner eventuell. Man weiß noch nicht, was der 6-Kerner kosten soll. Zweites Produkt, was hier angegeben wird, ich springe furchtbar hin und her, ich weiß, und es ist wahrscheinlich furchtbar unübersichtlich für euch, aber ich wollte meinen Enthusiasmus diesbezüglich einfach mal rauslassen. Und aber den ganzen Hype, der da auch kursiert, so, wer jetzt denkt, boah, ja, Cracky, du erzählst hier den Hammer, 4 Minuten habe ich mal auf meiner SD-Karte noch, Skandal. Du, dich unterstütze ich, volles Programm. Ich möchte euch aber auch noch ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt. Zweite CPU ist der Ryzen 7 1700X, der dann irgendwie 200 MHz beim Basistakt und Turbotakt weniger haben soll und dann auch 130 Euro weniger kosten soll. 470 Euro. 3,4 GHz Basis, 3,8 GHz Turbo, 8 Kerne, 16 Threads. Holy Shit, das ist der Hammer. Oder halt hier der beworbene Sechskern hat, der sich dann Ryzen 5 schimpft, 1600X, 3,3 GHz Basis, 3,7 Turbo. Ist noch kein Preis bekannt. Das 8-Kern-Modell darüber soll über 390 Euro liegen. Sagen wir mal, der Ryzen 5 1600X wird so in der Preisriege von dem aktuellen Core i7 platziert. 340 Euro, 330 Euro oder so. Das wird der Hammer. Weil mit so einer CPU kann man halt auch mal ein bisschen mehr machen, als nur spielen. Ihr seht, ich muss jetzt schneiden, weil ich gehustet habe. Goddammit. Also so ein Sechskerner, da hat man halt auch noch Möglichkeiten. Da kann man halt auch noch geil Videobearbeitung und Fotobearbeitung machen. Ich weiß, mit einem hochgetakteten 4-Kern-8-Thread-CPU kann man das auch. Aber der Punkt ist halt, die Plattform ist da aktuell am Ende. Da geht nicht noch mehr. Und Intel bringt alle anderthalb Jahre so Leistungssprünge von 10% mehr raus und so. Und das ist halt das, was den Markt so langweilig gemacht hat. Es kommt eine Nachfolgegeneration, die ist 200 MHz schneller. Die Marazine testen ist, yeah, schnellster Spieleprozessor. Kostet 50 Euro mehr. Boards kosten jetzt auch noch 20 Euro mehr, weil sie noch mehr Bling-Bling machen. Und wir ziehen dem Customer noch mal ein bisschen mehr Geld aus der Tasche. Vorgänger-Generation mit günstiger... Dollar-Kurs ist schlecht. CPUs werden noch teurer. Und übrigens, CPUs sind jetzt end of life. Könnt ihr die neuen kaufen. Und ich bin mir so... Das ist halt das Problem, wenn du ein Monopol hast. Und das ist so wichtig, dass AMD dann da einfach jetzt auch die Power auf die Straße bringt und einen guten Start hinlegt. Das ist elementar einfach, dass die CPUs wirklich im Markt ankommen und auch angenommen werden von den Leuten da draußen. Ich muss kurz schneiden, weil meine SD-Karte sonst voll ist. Ja, Konkurrenz belebt natürlich einfach das Geschäft. Ja, also... Und... Davon profitieren dann im Prinzip einfach alle. Aber es ist wichtig, dass man nicht voreingenommen ist. Ja? Für manche Leute ist es jetzt vielleicht so... Ah, nee, Ryzen, was erzählt der da? Leute, die halt nicht auf den Hardware-Seiten unterwegs sind, die wissen, dass jetzt Anfang März... BAMS! Ja? Konkurrenz auf den Markt kommt. Das wird so sein. Und das ist das Wichtige. Aber... Jetzt kommt das große Aber. AMD Ryzen wird nicht die schnellste Spiele-CPU. Nein, wird er nicht. Er wird nicht der schnellste Spiele-Prozessor. Das wird nach wie vor... Carby Lake, 7700K sein. Es wird so sein. Aber es wird eine 400-Euro-CPU sein, der Carby Lake. Und mit 4 Kernen und 8 Threads. Und bei AMD wirst du wahrscheinlich für etwas über 300 Euro ein 6 Kerner mit 12 Threads bekommen, den du auch noch ein bisschen übertakten kannst. Und da bist du schon wahrscheinlich relativ nah dran. Und das ist halt der Punkt. Also man darf sich da nicht blenden lassen. AMD wird jetzt nicht alles dominieren. Nein. Sie werden kompetitiv. Sie werden auf ein Niveau ankommen. Sie werden mehr Kerne in den Mainstream-Bereich bringen. Was im Endeffekt einfach nur für alle vorteilhaft ist. Firmen können sich günstigere Workstations bauen. Oh mein Gottes Willen. Und Power-User, so wie ich es halt zum Beispiel bin, in Anführungszeichen Power-User, ich mache halt mit Videos rum, ja. 4K-Videoschnitt, da kommt bestimmt alles in naher Zukunft. Und da freut man sich. Premiere ist so imperformant, wenn ich dann einen 8-Kern-Ryzen da drin habe, der dann irgendwie mit 4 GHz läuft oder so. Geil. Da macht das dann richtig Spaß, da zu hantieren. Und so ist es halt. Spiele sind ja... PCs sind ja nicht nur für Spiele, sondern man kann ja viele andere Dinge noch damit machen. Und da sehe ich halt irgendwo immer diese Sackgasse bei Cubby Lake und so, ja. Da ist einfach dieses 4 Kerne, 8 Threads. Das geht mir auf die Nerven, total. Ich finde es ganz schlimm. Ich habe auch jedem vor so zweieinhalb Jahren, habe ich auch jedem geraten... Sind es zweieinhalb Jahre her? Ja. Jeden habe ich geraten. Da war der 2011er Sockel. Der 2011-3 von Intel, der war gerade da. Wo es halt auch die 6 Kerner drauf gibt. Ich habe ja aktuell auch einen 6 Kerner am Laufen mit 12 Threads. Einen i758-20K. Wirklich eine super CPU. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ganz tolles Ding. Zu der Zeit konntest du, wenn du 50 Euro mehr in die Hand genommen hattest, konntest du entweder dir den Haswell... Was? Haswell? Ja, ich glaube Haswell. Den 4770K oder 4790. Hier, Devil's Canyon. Entweder konntest du dir den dicken Devil's Canyon holen. Den hochgetakteten Core i7 mit 4 Kernen und 8 Threads. Der dann mit 4 GHz lief oder was. Oder wenn du 50 Euro mehr investiert hast, hattest du schon den 6 Kerner in der Hosentasche. Musstest halt DDR4-Ram kaufen. Der war damals ein bisschen teurer. Und die Mainboards waren ein bisschen teurer in der Anschaffung. Aber wenn du so ein Devil's Canyon kaufst, dann brauchst du auch so ein Z-Board. Das kostet auch alleine schon 150 Euro. Und die 2-11er-3-Bots, die haben damals für 200 Euro den Besitzer gewechselt. Und da habe ich allen schon gepaukt. Ich weiß nicht, ob sich jetzt jemand angesprochen fühlt, der vielleicht das Video guckt. Gell, Babyloop. Hol dir den 6 Kerner. Hol dir den 6 Kerner für Flixen zugenäht. Ja, weil du hast in Zukunft einfach mehr davon. Und das ist einfach so der Punkt. Will ich jetzt wirklich der FPS-Jäger sein? Ich meine klar, es gibt Spiele, die brauchen die Einzelkern-Performance schlechthin. Armour zum Beispiel. Das ist so schlecht programmiert. Das braucht einfach 10 GHz auf einem Kern, damit es gescheit läuft. Für den ist sowas natürlich nichts. Aber für den allgemeinen User, ja? Ich meine, du kannst auch mehr Junkware installiert haben, wenn du mehr Kerner hast. Voll geil. Ist es einfach total interessant, da dann das zu beobachten. Und von da an, upgradet jetzt. Wenn ihr gerade mit dem Gedanken spielt, jetzt zu upgraden. Jetzt Anfang Februar, Mitte Februar. Wartet bitte. Wartet bitte bis Anfang März. Wartet, bis die ersten Tests zu AMD Ryzen da sind. Es wird dicke Konkurrenz auf den Markt kommen. Und das wird für alle nur vorteilhaft sein. Wenn ihr dann euren Intel kauft, dann müsst ihr wenigstens 50 Euro weniger bezahlen. Ja, ich bin kleiner AMD-Fan. Ich bin immer für die kleinen, in Anführungszeichen. Ich habe auch schon so viele Intel-Prozessoren benutzt. Ja, also das ist alles gehopst wie gesprungen. Also, fassen wir zusammen. AMD Ryzen wird nicht der schnellste Spieleprozessor. Wird aber ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Und wir sind alle sehr gespannt, wie viel Potenzial in der CPU steckt. Und vor allem, was für ein Portfolio dann tatsächlich effektiv auf den Markt kommt. Ja. Was soll ich sagen? Es wird neue Mainboards geben. Der AM4-Sockel. Kühler-Hersteller. Der Großteil hat sich schon gemeldet und hat gesagt, ja, alles klar. Wenn du beweist, dass du ein AM4-System hast und du belegen kannst, dass du den Kühler besitzt von mir, dann schicke ich dir kostenlos ein entsprechendes Kit zu, mit dem du den montieren kannst. Wobei die Ryzen-Box-CPUs auch mit einer erweiterten Version des Rave-Kühlers ausgeliefert werden sollen. Der auch zuletzt bei FX-CPUs wirklich für eine sehr, sehr gute Kühlung gesorgt hat. Und auch eine relativ geräuscharme Kühlung. Von da an muss man da jetzt auch nicht gerade vorverurteilen und sagen, Ryzen-Box ist Müll. Niemals den Kühler verbauen, weil sonst verbrennt alles. Ist totaler Quatsch. Die CPUs sollen energieeffizient werden. Noch und nöcher müssen sie natürlich noch beweisen. 95 Watt TDP sind ausgerufen. Was für 8 Kerne, 16 Threads gegenüber den 140 Watt von dem Broadwell E, dem aktuellen Intel, schon eine Hausnummer ist. TDP ist zwar nur eine Orientierung im Endeffekt, was effektiv aus der Steckdose gesaugt wird. Müssen die Tests beweisen. Aber da darf man sich drauf freuen. AMD hat da wirklich ein ganz heißes Eisen im Feuer. Von Grund auf neu designt. Wenn Intel jetzt schon seit Pentium 3 im Prinzip, weil es ist im Prinzip noch Pentium 3 Technik in den aktuellsten Core i7s, immer noch weiter den Berg hochfährt und immer wieder noch einen Spezialgang hat und weiterfahren kann, dann hat AMD jetzt in den letzten 8 Jahren schon zweimal kompletten frischen Anlauf genommen, um den Berg hochzukommen. Und ich denke mit Ryzen werden sie auf jeden Fall gut aufschließen können und man darf sich drauf freuen. So, jetzt seid ihr an der Reihe. Was haltet ihr von Ryzen? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Habt ihr noch nie was davon gehört? AM4-Mainboards, DDR4-Rahmen gehört da drauf. Also bei einer Neuanschaffung bedenken. Bordpreise wissen wir noch nicht. Wie gesagt, ich rechne damit, dass sie günstiger werden als es bei Intel der Fall ist. Alle großen Bordhersteller sind mit dabei an Bord. Die Bordhersteller an Bord. Und jetzt bin ich gespannt auf euer Feedback, auf eure Meinung, ja. Tat gut. Ich wollte es gesagt haben und ich dachte mir, bevor die Dinger am Markt sind und sagt, ey, hätte ich schon gleich von vorne gesagt, der wird nicht das schnellste Spiel in der CPU. Ihr seid doch alle Spezialisten, die ihr das vermutet habt. Es wird ein cooles Produkt. Definitiv. Endlich Konkurrenz in der Hütte, in der CPU-Hütte. Und das Jahr 2017 ist damit ja noch nicht vorbei. Die Nintendo Switch kommt am 3. März. Am 25. März feiern wir 10 Jahre Ravioli live auf Twitch. Alter Falter, da geht die Post ab. Und irgendwann dieses Jahr kommen ja auch noch neue Grafikkarten von AMD. Vega. Ja, cool. Es wird toll. Also, ich freue mich. Wir sehen uns bald wieder. Der Cracky ist jetzt raus. Tschüssikowski. Tschüssikowski.